Im Jahr 1937 bestellten die österreichischen Bundesbahnen acht Lokomotiven auf Basis der deutschen E18, um sie auf der neu elektrifizierten Westbahn einzusetzen. Ab 1940 wurden die österreichischen Maschinen aufgrund der politischen Entwicklung an die Deutsche Reichsbahn ausgeliefert. Nach dem Krieg ordnete die ÖBB die Lokomotiven als Reihe 1018 ein, wo sie eine Reihe von Umbauten durchliefen. Der sichtbarste Unterschied zu den deutschen Maschinen ergab sich durch die Neugestaltung der Stirnfronten. Auch der Hauptschalter und andere elektrische Komponenten wurden dem ÖBB-Standardprogramm angepasst. Der Einsatz der 1018 endete in den frühen 1990er Jahren. Die vollständige Neukonstruktion der Baureihe 1018 der ÖBB gibt die charakteristische Erscheinung des eleganten Vorbildes perfekt wider und besticht durch vielfältige Details am Gehäuse sowie im Fahrwerkbereich. Hervorzuheben sind hier die feinen Radsätze, die filigrane Nachbildung von Achslagern und Abfederung sowie die vollständige Bremsanlage. Der Dachbereich wurde unter Berücksichtigung verschiedener Besonderheiten exakt vorbildgerecht wiedergegeben. Gleiches gilt für die auf beiden Seiten unterschiedlichen Pufferbohlen. Besondere Highlights stellen auch die umfangreich detaillierten Gestaltungen des Maschinenraumes und der Führerstände dar. Für einen noch realistischeren Eindruck liegen dem Modell fein geätzte Lockschilder bei. Darüber hinaus kann die Pufferbohle für die Präsentation in der Vitrine mit den ebenfalls beiliegenden Zurüstteilen kompletiert werden. Dank Zinkdruck, Gussrahmen und Antrieb auf vier Achsen überzeugt das Modell im Anlageneinsatz mit hervorragenden Fahreigenschaften und enormer Zugkraft. Ruhig und kraftvoll bewegt sich die elegante Schnellzugloch über die Gleise. Neben dem LED-Spitzenlicht verfügt die Lokomotive über digital schaltbare Beleuchtungen im Maschinenraum und in den Führerständen. Sämtliche Beleuchtungen sind in wartungsfreier LED-Technik ausgeführt und setzen das Modell ideal in Szene. Die ab Werk mit einem Pico Smart Decoder XP Sound ausgestatteten Modelle tragen zudem das Siegel Pico Train Sound on Board und überzeugen mit fein abgestimmten und authentischen Fahrgeräuschen. Achtung Bahnsteig 1, verspätet der Eilzug von Wien-Westbahnhof nach Salzburg Hauptbahnhof fährt ein. Bahnsteig 1, bitte rasch einsteigen. Die analoge Version kann mittels PLAX 22 Schnittstelle unkompliziert mit einem Digital Decoder ausgestattet werden. Mit der ÖBB 1018 kommt kraftvolle Eleganz auf die Modellbahngleise, ein Highlight in der Baugröße H0, das man sich nicht entgehen lassen sollte. BIN 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 BIN